Bojan Krikic, der Spanier, macht das Tor in der 55. Spielminute. Und Giefer ist geschlagen. Vollkommen frei, dann macht er dann am Ende alles richtig. Es sind dann zwar drei Spieler um ihn herum, aber keiner stört ihn so, dass er da wirklich gestört wird. Rechtsschuss, Krikic. Wenn er schon in Barcelona gespielt hat, bei Milan, bei Marais Rom.